Die Riesenwurz ist ganz schräg. Habt ihr das schon gesehen? Das ist ein Riesenwurz. Wenn wir von da können, Hause 5.30 Uhr, war ich da. Ich hab gesagt, dass es ein Großbron nicht ist. Ich hab selber noch einmal gewartet. Hat es normal umgerissen den Baum? Oder wie war denn das? Ich glaub, es ist so schnell gegangen. Oder auch da? Oder auch? Oder auch. Zuerst hast du einen Wildfloddra? Ja, dann. Dann hast du erst die Feuchten nachher. Ich bin ja nicht schauen geworden. Ich weiß, ob es ja gar nicht ist. Du hast gesehen, wie es die Bäume beitelt und arbeitelt. Dann hat sie es einfach gepackt. Die Wolkenhage, ja. Die Wolkenhage, was soll ich denn bei haben? Der Kamin hat vom Sturm hat sie den Kamin verschoben. Aus der Kraft. Da hat sie keine Baumwaffe geflogen. Aus der Kraft hat sie den Kamin kaufen. Die Wolkenhage hat sie gebraucht. Ich hab gesagt, Du musst aufgeholt werden. Du musst blicken machen, gell? Das wird immer schlimmer werden. Das ist der Anfang von mir. War das Tagfenster schon offen vorher? Das hat sie auch gebaut, sehen Sie? Ja. Das hat auch der Sturm gebaut, das Blech gebaut. Ich mach das Titel nie auf. Auch immer. Heute haben wir schauen, ob sie schon auch kommt. Heute haben wir schauen, ob sie schon auch kommt.